Jedes Halloween gibt es ein Haus, vor dem sich alle fürchten. Na klopf schon. Wieso klopft sie denn nicht? Weil sie vielleicht nicht, wie klopfen geht? Doch richtig unverfroren ist vollkommen zugefroren wird es ab 28. November im Kino. Runter! Ich kann meine Beine nicht spüren! Weil es meine sind. Die Eiskönigin völlig unverfroren. Happy Halloween! Du bist gruselig. Ab 28. November im Kino in 3D.